Hallo, 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 dem ihr euch mit Let's Play Your Level, das kennt man inzwischen und wir haben einen Hack bekommen, nämlich den Hack von, oh Gott, welcher habe ich jetzt schon gemacht, die beiden habe ich gemacht, da, da, X, Hubert X, ähm, stopp, ganz kurz, lass mich zu erinnern, hier, eins nach dem anderen, ähm, er hat mir dazu geschrieben, er hat mir schon mal einen Hack gemacht, den habe ich in einem Livestream im September, oder so gemacht, und der war wohl nicht ganz so knorkel, wie ich das jetzt aus der Mail rausgelesen habe, ich erinnere mich nicht mehr daran, es ist Monate her, und der meinte, dass der jetzt wohl besser sei, ich bin gespannt, und er präsentiert, deswegen gucken wir mal rein, was er so zu bieten hat, oh, Mario Farben Again, ach, ja, zumindest der Name sagt mir gerade was, Marios Farben, und das ist, ach, das ist schon cool, Das ist echt cool, so, wir fangen einfach mal an, ohne groß rumzublödeln hier, wupp, nur ein, meine Farben, da ist mir beim letzten Mal nicht gelungen, es Marios Farben zurückzuholen, ist Mario immer noch farblos, oh, hab ich den nicht, was war das denn? Ich erinnere mich gerade so überhaupt nicht dran, Ja, schieße aus Warum habe ich den nicht geschafft? Ein Lügeblitz hat letztes Mal Behauptung, ach, die Behauptung aufgestellt, dass ich schwul bin, wenn ich den in die Finger kriege Ein Lügeblitz Dieser, dieser elende Lügeblitz Wie kann er das wagen? Star Road? Wirklich? Will das nur überprüfen Das ist, das ist das Intro Level Oh Ich spiel dein Intro, 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 weee Ich spiel dein, ach, er ist sogar mitgekommen Ich spiel dein Intro, ich spiel dein Intro, uhuhuhu Okay, genug davon Ab ins Level Farben Drei Ausrufezeichen So, oh, okay Also optisch Oh Das Auge Der arme Bullet Bill hat nicht genug geschlafen letzte Nacht Deswegen guckt der jetzt so Und, ähm Da ist ein Schlüsselloch Wo ist der Schlüssel? Schlüssel? Hallo? Wo bist du? Ähm Das wird jetzt gleich natürlich zu lustigen, lustigen Overworld Glitches führen Denn eigentlich ist das Level hier auf der Map nicht gedacht als zwei Exit Level Deswegen kann da gleich so ein bisschen was schief gehen Aber, wow, du warst zu lange in der Sonne Wie weit hüpfst du denn? Was ist hier? Hallo? Hör mal auf damit Der war zu lange in der Sonne Ein wenig zu lang Okay, aber an sich muss ich sagen Zumindest optisch gefällt es mir bisher sehr gut Ich habe keine Ecken, über die ich merken kann Aber Das fällt mir jetzt erst auf Mario läuft Das sieht komisch aus Weil das so ein Ich bin quasi in einem kompletten weißen Block aus Wolle eingepackt Und ich habe gesehen Da unten geht es lang What the fuck? Okay, da unten geht es nicht lang Das war quasi nur ein Oh, Geheimnisse Und da oben sehen wir was Schäme dich Böse, böse So, jetzt habe ich Angst hier zurück zu gehen Wop, wop Ah, ich muss quasi da links lang Okay, wir machen das quasi nur einmal Um zu zeigen, dass es geht Ich setze hier ein, um dann gleich zurück zu springen Und wir laufen den Weg zurück Zurück, zurück An dir vorbei Und dann an dir vorbei Und dann hier hoch Und da Das Ding schwebt übrigens Das sieht ein wenig, wenig, wenig Merkwürdig aus Wapidabidabidu Schön ist hingegen Dass hier mein Kritikpunkt so ein bisschen negiert wird Wir haben hier das Schlüsselloch nicht ganz am Ende Das ist ein Dahn Jetzt geht alles kaputt Und wir gehen hier hoch Und dann sind wir trotzdem hier Und dann ist hier kein Switch Reinschauen Machen wir später Später Später, später Denn das Level geht noch weiter Wir haben erst zwei von fünf Yoshi-Coins gefunden Also vermute ich mal Dass es noch einen Ticken weit geht Da ist die dritte Und hier ist die bekannte Strahlend orange Rot Helle What the fuck Okay Ich hab meinen Schlüssel Bock Gib mir die Gib mir die Gib 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 Okay Das sieht jetzt Ob Also, so sehr ich die Idee mit diesem Farblos auch mag, es ist optisch jetzt nicht das Schönste. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Äh, nein. Ah, okay. Das ist noch tragbar. Aber die Zeit, hab ich jetzt so viel vertrü... Was ist... Oh Gott. Ja. Farben. Bin ich? Was? Krieg ich das nochmal? Ähm. Okay. Okay. Ähm. Und so schnell kann man einen bisher absolut positiven Eindruck in wenigen Augenblicken nehmen und komplett in der Luft zerreißen. Ich bräuchte jetzt einen Pilz, oder? Naja, eigentlich nicht. In der Theorie packe ich jetzt einfach die ersten beiden Sprünge und hole mir dann später die Fehler. Das ist ja nicht so die Kunst, wollte ich gerade sagen. Und dann habe ich die Sprungtaste losgelassen. Wie ein König. So. So. Bam. Gib. Gib, 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 gib. Stirbe. Das ist nur eine Fleischwunde. Das ist alles okay. Das ist alles super. Was ist hier? Wow. Okay. Dann geht es hier wieder hoch. Aber der Timer. Das sieht total knapp aus. Vor allem, ich habe ja gerade noch so ein bisschen mehr rumgetrödelt. Das ist immer noch nur eine Fleischwunde. Ist alles okay. Wow. 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 Okay. 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 Oh. Okay. Oh, ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das alles unter Kontrolle, im Griff. Ist alles easy. Ist alles super. Was machst du denn da? Hör mal auf. So. Bringt mir eh nichts. Und dann da. Nein. Da rein. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Oh. Das sind meine Farben, oder was? Das ist pottenhässlich. Aber es sind meine Farben. Okay. Damit kann ich leben. Mario hat es geschafft, seine Farben wiederzufinden und freut sich wie ein Schnitzel. Außerdem hat er bemerkt, dass er... Feuerbälle schießen kann. Das wird ihm beim Final-End-Oberboss eine Hilfe sein. Welchem Final-End-Oberboss? Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Wer ist der Final-End-Oberboss? Oh Gott. E.G. Ui. Du-lü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Meine Beine wachsen aus dem Bauch. Oh. Shit happens. Wow. Ähm. Diesmal funktioniert die Overworld. Okay. So halb. Das da links ist zweitrangig. Reinschauen, hat er gesagt. Wir schauen mal kurz rein. Ba-ba-ba-ba-di-bu. Hallo, Imero. Hoffen, der Hack hat dir gefallen und es war nicht einer von diesen... Wenn ja, mach ich vielleicht einen kompletten Hack. Ähm. Es ist so irritierend, dass ich auf einmal mit dem roten Mario Feuerbälle schieße. Das ist komisch. Ähm. Nein, es war auf jeden Fall keiner von diesen. Es war eher einer von den anderen. Producer Jakob, Ausrufezeichen. Es war zwar eher einer von den anderen, aber er hatte halt auch seine Mängel. Ähm. Und es war eine beschissene Mängel. Ganz ehrlich. Level-Design war schön. Das ist halt der große, 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 riesigigigantische Pluspunkt, den ich geben muss. Es war spielerisch ein schönes Level. Okay. Da links ist was schiefgelaufen. Ähm. Also es war ein schönes Level. Kleinere, wirklich minimale, äh, optische Mängel. So was wie der arme Bansai-Bilder. Ja. Der muss echt mal einfach mal ausschlafen, dann geht das wieder. Oder dieses eine fliegende Ding von denen hier. Ach so, das ist eine... WIIIIIIIIIIII! Kann ich mich auch anders überbringen? WIIIIIIII! Iiiiihihi! Ist das toll! Ah, das... Das ist total blöd, aber ich mag sowas. Wop, wop. Und ich springe auf meinen Hintern. Und springe mit meinem Hintern wieder hoch. WIIII! Wuuu! Preuu! Wuuu! Dopp, dopp, dopp. Dopp, bopp, bopp, bopp. Wieso hat der sich jetzt gedreht dabei? Ach, das sind... Das ist... Macht der aber auch nicht immer. Okay. Das ist cool. Bopp, 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 bopp. Bopp, 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 bopp. Bopp, 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 bopp. Ja, ähm, größtes Problem der Mittelpunkt. Das ist... Sowas ist uncool. Und sowas sollte in einem richtigen Level auch nicht mehr passieren. Ähm, und vor allem... Jetzt hab ich meine Farben... Es ist so ein pottenhässliches Symbol, sind wir mal ehrlich. Und allein... Nein, der Pilz hat meine Farben geklaut. Oh, was soll ich nur tun? Ähm, wirklich allein wegen diesem Fehler, weil das wirklich sowas... Das darf nicht vorkommen. Das zeigt halt einfach, ähm, dass da jemand faul war und das Level scheinbar nicht selbst getestet hat. Oder nicht alles getestet hat. Und so hart das klingen mag. Allein wegen diesem Fehler, ähm, werde ich das Ganze auf... Ich hätte eigentlich wirklich 4 gegeben. Aber das ist mir mal ein Punkt wert. Ich werde 3 geben. Gut gemeinte 3 dadurch. Denn sowas gehört sich nicht. Und ich würde sagen, lassen wir dann so stehen. Und... Ich bin der Mero. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Und... Tschö, tschö.